Ja, da ich angefangen habe, ziehe ich jetzt auch durch. Marienheide 11 Kilometer, aber lesen können wir selber. Oslo ist sehr interessant, 1012 Kilometer, Kummersbach 11, Bergneustadt 16, und das sehen wir zurzeit. Wir haben hier Hahn 2, Beckenbach 1, Schnellenbach 2, ist mit dem Hahn verwandt, denke ich mal. Hier ist Wil, 11 Kilometer, Reichshof 21, Kumisch 9, Altbrühl 24. Ja, ich denke mal, das haben wir das Wesentliche erfasst. Da kann ich hier mal Hüpfer machen, zur Freude der Zuschauer. Ja, mehr läuft hier oben nicht. Wir machen uns jetzt auf den Abstieg. Joe ist voll begeistert. So, jetzt geht es runter, ich mache den Joe wieder feste. Komm mal her. So, mal sehen, wer sich mittlerweile hier hochgekämpft hat. Ne, die Gruppe, die steht immer noch ganz da unten. Jetzt würde ich nur hoffen, dass ich keine zu glatten Schuhe anhabe. Das könnte nämlich problematisch werden. So, ja, ich schwenke noch mal in den Nebel und beende das hier. So, ja, ich schwenke noch mal in den Nebel und beende das hier. So, ja, ich schwenke noch mal in den Nebel.